Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warptorio oder genauer gesagt Warptorio und wir werden sehen, ob wir in dieser Folge etwas mehr Inhalt zusammenbringen Die letzten beiden Folgen waren etwas kurz, denn ist nicht viel passiert, außer Forschung Darum werden wir mal schauen, was wir heute so alles erreichen können Wir legen Kohle rein, ah und ein Turm Wo sind unsere Erzfelder? Da drüben Zumindest Eisen ist ergiebiger als das, was wir in der letzten Folge hatten Wo ist Kohle und Kupfer? Wo ist Kohle und Kupfer? Uh, da oben ist auch schon ein Ost Jaaa, diese Folge verspricht zumindest mehr Action Okay Starts Let's go Is 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 Aber ich weiß immer noch nicht. Wo denn Kupfer, hier ist noch mal Eisen, Kuhle ist. Ich denke wir haben genügend auf der Seite, dass wir durchkommen, auch wenn wir auf diesem Planeten nichts finden, da drüben ist etwas Öl, aber es wäre halt doch schön, da sind Würmer, wenn wir auch diese Ressourcen abbauen könnten. Da ist Kupfer, da unten Kohle. Und ein Turm dazu, da ist auch Kohle. Nehmen wir doch die hier. Und dann tun wir mal eine Rundreise. Um auszukundschaften, wo denn so die Alien-Nester sind, die gleich präventiv platt machen. Und dann sollten wir Ruhe haben. Dies hat zumindest in den vergangenen paar Folgen gut funktioniert. Da kamen die Aliens erst immer ganz zu Schluss von unseren 40 Minuten. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass nicht große Alien-Nester oder die große Alien-Population in der Umgebung hatten. Liegt vielleicht auch etwas daran, dass ich die Einstellungen etwas geändert habe, sodass ich nicht von Aliens überrannt werde. Wir haben hier doch etwas Wald. Das hilft gegen die Ausbreitung der Umweltverschmutzung. Und wir werden wahrscheinlich in irgendeinem Zeitpunkt sehen, dass die Umweltverschmutzung über den Bereich hinausgeht, den wir jetzt abdecken. Wenn dies aber erst so gegen Ende dieser 40 Minuten erfolgt, kümmert mich das nicht groß, denn die Aliens, die dann noch kommen, mit denen können wir... mit denen werden wir Herr. hat einige schöne Erzfelder. Ich könnte es mir hier gefallen lassen. Es hat am Anfang ja auch geheißen, fühlt sich wie zu Hause an. Hier hinten auch noch mal ein Wald. Zwischen ein See oder ein Meer. Ah ja. Da ist ein größeres Nest. Okay. Den ersten Wurm, den haben wir erledigt. Der zweite Wurm auch. Da ist ihm die Mission ausgegangen. Wunderbar. Wunderbar. Ah. Da hinten ist gleich nochmals eins. Dieses ohne Wurm. Ohne Würmer. Da geht die Post ab. Bis die Munition alle ist. Okay. Der erste Harvesterfloor ist fertig. Den werden wir uns dann gleich mal anschauen, sobald wir zurück in der Waze sind. Und dann forschen wir auch noch den zweiten, sodass wir Ost und West haben, links und rechts. Okay. Eisen ist voll gelaufen. Dann füllen wir das mal mit. Wahrscheinlich ist auch Kohle voll und Kupfer. Ja. Das nächste was wahrscheinlich passiert ist, dass uns das Erz bei den Förderern ausgeht. Nun denn wollen wir mal hier auffüllen. Und dann gehen wir zwei Stockwerke nach unten. Dann haben wir hier einen langen Gang und hier einen Förderer. Den können wir mitnehmen. und den können wir dann hier irgendwo platzieren. Und alles was hier reingeht, kommt im Untergeschoss raus. Plattform ist noch nicht sonderlich groß. Insbesondere wenn wir da neben den Förderern auch noch etwas Verteidigung drauf haben wollen, brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr. Und so wie es aussieht, brauchen wir auch eine zweite Turbine. Damit wir genügend Strom produzieren für unseren Bedarf. Aber ich denke für den Moment ist es das. Wir werden uns wieder sehen, wenn es was zu berichten gibt. Es sieht so aus, als ob unsere Freunde uns hier besuchen kommen. Da muss irgendwo ein Nest in der Gegend sein. Wir verfolgen mal die Spuren rückwärts. Wo die Aliens herkommen. Ja. Da ist es auch schon. Ich habe das Gericht in den Kerchen stehen. Werden! Ich bin ein wenig Einmal. Ich bin ein wenig Einmal. Ich bin ein wenig Einmal! und mit der turm als rückendeckung ist das überhaupt keine sache und damit haben wir auch die zweite harmeisterplattform geforscht das heißt wir können uns zur abwechslung mal wieder etwas vanille erforschen gönnen und etwas eisen hier einlagern was wir in ausreichender menge haben und wir haben wieder gäste wieder auf dieser seite ich habe das gefühl sie kommen wieder von unten wird doch nicht schon wieder ein nest an der gleichen stelle sein nein kommt doch von weiter hinten da ist das ist okay reparieren wir hier mal das munition nach und dann kümmern wir uns um die restlichen drei nester selber haben einfach da die rückendeckung das sollte reichen tut es auch da ist noch eines mit ganz viel wo man und gerade noch etwas außerhalb der verschmutzung sind nur noch etwas mehr als siebeneinhalb minuten drum lasse ich das list in ruhe ich denke es ist der aufwand nicht wert mit militär 2 bekommen wir bessere munition und handgranaten und es eröffnet auch den weg in die militärforschung aber ich denke wir bleiben hier den motor noch etwas denn dann können wir uns ein auto basteln mit einer zusätzlichen forschung was uns die fortbewegung erleichtert und da wir noch vier minuten haben und die schmelzen voll von erz sind baue ich mal die die förderer ab damit die schmelzen noch ausschmelzen können bis wir dann endgültig von hier verschwinden denn alles erz was wir nicht verschmelzen müssen wir transportieren und hier auf der plattform schmelzen und das muss ja nicht unbedingt sein und so wie es aussieht kommen auch nun die ersten aliens von hier oben aber kein problem für unsere türme auch mit der mit der gelben munition wenn wir immer etwas die den munitionsschaden forschen und da etwas besser sind als die aliens die angerannt kommen dann sollten wir bis zuletzt mit der gelben munition doch kommen natürlich zu irgendeinem zeitpunkt werden wir dann auch lasertürme haben welche die welche die türme die geschütztürme zu einem guten teil absetzen werden ich habe nicht das gefühl dass wir hier ganz durchkommen bis ich den weg gefunden haben zu allen erzfeldern vergeht ein welchen und ich möchte ja doch vermeiden dass ich zu guter letzt noch hier auf diesem planeten zurück bleibe nur weil ich es nicht geschafft habe rechtzeitig zurück auf der plattform zu sein und alles abgebaut zu haben aber wir können ja jetzt schon mal die ferse hier reingeben ist nicht allzu viel können die öfen bestücken können auch hier noch eisen reingeben hier auch noch dann hier wieder auffüllen und hier habe ich schon mal die besseren fabriken platziert damit wir da etwas mehr produzieren und jetzt ist es glaube ich an der zeit auch hier abzubrechen das war's für diese episode und wir werden sehen was der nächste planet für uns bereithält bis dann und tschüss Spann Ouais chính w 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